Dieses Video handelt von dem Thema Ophthalmika, nämlich Augenarzneimittel. Hierbei werden wir besprechen, welche Arten das Arzneibuch unterscheidet. Genauer werden wir auf die Augentropfen eingehen. Und dann besprechen wir die unterschiedlichen Arbeitsschritte mit den entsprechenden Inprozesskontrollen. Das Arzneibuch unterscheidet sechs verschiedene Ophthalmika, nämlich Augentropfen, Augenbäder, Pulver für die Zubereitung von Augentropfen und Augenbädern, halbfeste Zubereitungen zur Anwendung am Auge und Augeninserte. Und wie gesagt, werden wir uns in dieser Einheit hauptsächlich um das Thema Augentropfen kümmern, nämlich um wässrige Augentropfen. Welche mögliche Konsistenz können diese ganzen Augenarzneimittel haben? Nämlich laut DAC-NRF, flüssig, halbfest oder fest. Die Definition von Augentropfen laut Arzneibuch lautet, es sind sterile, wässrige oder ölige Lösungen, Emulsion oder Suspension, zu tropfenweisen Anwendungen am Auge. Das nun folgende Kleeblatt zeigt uns, welche Anforderungen wir an Ophthalmika stellen, nämlich Keimfreiheit, Haltbarkeit, Reizlosigkeit und zum Schluss die Wirksamkeit natürlich. Dieses Kleeblatt wird uns in dieser Präsentation häufiger begegnen, denn das sind die vier wichtigen Punkte, die man bei der Herstellung von Elfthalmika befolgen muss. Nämlich zunächst die Keimfreiheit, dann die Haltbarkeit, die Reizlosigkeit und die Wirksamkeit. Und wir arbeiten uns von der Keimfreiheit bis zur Wirksamkeit im Ohrzeigersinn vor. Bei der Keimfreiheit ist das aseptische Arbeiten das A und O. Das heißt, wir desinfizieren zunächst einmal unseren Arbeitsplatz, waschen die Hände bis zum Ellbogen und desinfizieren diese auch. Die Desinfektion sollte hierbei mit 70%igem Isopropanol geschehen. An unseren Händen oder Armen sollte keine Uhr oder ähnliches herunterbaumeln. Wir ziehen einen frischen Kittel an, damit wir Kontamination vom Kittel vermeiden. Wir müssen eine Kopfhaube, Mundschutz und sterile Handschuhe zum Arbeiten tragen. Beim aseptischen Arbeiten können wir die sogenannte Love Bank benutzen, nämlich eine Laminar-Airflow-Bank. Diese muss vor Arbeitsbeginn eingeschaltet werden und desinfiziert werden. Diese Werkbank arbeitet mit turbulenzarmer Verdrängungsströmung. Dies soll Kontamination vermeiden. Schauen wir uns hier einmal das Schaubild an. Beim laminaren Verdrängungsstrom ist die Luftzirkulation immer nur in eine Richtung und in unserer Umgebungsluft haben wir einen turbulenten Strom der Luft. Dieser kann Kontamination und Verunerheiligung in unsere Arzneimittel hineinbefördern. Durch diese Werkbank können wir das natürlich vermeiden. Weiterhin können wir beim aseptischen Arbeiten mit sterilen Materialien arbeiten. Nicht nur können, sondern müssen wir mit sterilen Materialien arbeiten. Und die Inprozesskontrolle, die hier geschehen sollte, ist auf die Unversehrtheit der Hülle des Sterilguts zu achten. Sollte die Hülle unversehrt sein, kann man die Keimfreiheit garantieren. Sollte sie aber keine Unversehrtheit gewährleisten, muss man eine neue Hülle nehmen. Auf dieser Folie schauen wir uns die unterschiedlichen Arten der Sterilisation an. Und zwar kennen wir drei verschiedene Arten der Sterilisation. Und zwar zunächst einmal die trockene Hitze. Diese ist gut für Geräte und hitzeunempfindliche Stoffe geeignet, aber auch für Lipogele und Öle. Hierbei deckt man die ganzen Geräte mit Alufolie ab und packt das in einen Trockenschrank. 30 Minuten bei 180 Grad. Dann kennen wir eine feuchte Hitze. Die ist gut für Stammlösungen in verbordelten Flaschen, Suspensionsaugentropfen und alle Geräte und Gefäße, die vorher in Folie eingeschweißt wurden, geeignet. Hierbei benutzt man den Autoklav bei 121 Grad Celsius und wartet, bis er auf 2 Bar gestiegen ist und man autoklaviert 15 Minuten lang, um die Keimfreiheit zu gewährleisten. Und zum Schluss kennen wir natürlich auch die Sterilfiltration. Man filtriert die Lösung durch einen Membranfilter mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,22 Mikrometern. Wobei bei der Sterilfiltration natürlich auch gut ist, dass man zu große Partikel rausfiltrieren kann. Hierbei muss man jedoch beachten, dass es sowohl Wasserfilter gibt, als auch Ölfilter. Und bei dieser Sterilfiltration gibt es eine in Prozesskontrolle, den sogenannten Bubblepoint-Test, den wir im Späteren noch besprechen werden. Kommen wir dann im Folgenden zur Haltbarkeit. Bei der Haltbarkeit ist natürlich die Konservierung sehr wichtig. Wenn man wässrige Augentropfen in Mehrdosenbehältnissen abgibt, müssen diese grundsätzlich konserviert werden. Und Augentropfen, die zur Anwendung bei chirurgischen Eingriffen oder am verletzten Auge bestimmt sind, dürfen nicht konserviert werden. Alles, was nicht konserviert ist, hat nur eine Haltbarkeit von 24 Stunden. Wobei es auch verschiedene Stoffe gibt oder verschiedene Arzneimittel gibt, die selbst konservierend wirken. Hierbei kann auf den Zusatz von Konservierungsmitteln verzichtet werden. Die Konservierungsmittel müssen über eine Dauer von 4 Wochen stabil sein und wirken. Dabei ist die Wirkung Bakterizid, Sporozid und Fungizid. Schauen wir uns zunächst einmal die Anforderungen an, die wir an ein Konservierungsmittel setzen oder stellen. Das Konservierungsmittel soll schnell wirken. Er soll gut verträglich sein und das Auge nicht reizen. Es muss kompatibel mit Wirkstoff und anderen Bestandteilen der Zubereitung sein und auch mit diesen Stopfen der Flasche. Und es muss im Anwendungszeitraum chemisch stabil und wirksam sein. Mehr Dosenbehältnisse dürfen in maximal 10 ml Gebinden abgegeben werden. Es sei denn, es gibt einen begründeten und zugelassenen Fall, in dem man mehr abgeben kann oder herstellen kann. Stellen wir 10 ml Augentropfen her, so wird immer 1 ml Konservierungsmittel Stammlösung verwendet, da das am genauesten ist. Im Folgenden werden wir uns die unterschiedlichen möglichen Konservierungsmittel anschauen. Fangen wir zunächst einmal mit dem Benzalkoniumchlorid an. Dieses wird in einer Konzentration von 0,01% zugesetzt. Dies schreibt das Arzneibuch vor. Das Benzalkoniumchlorid sieht chemisch so aus. Es hat einen vierbindigen Stickstoff und ein Chlorid gegen Ion. Die Wirkung, die Benzalkoniumchlorid hat, ist Bakterizid. Es wirkt rasch und es wirkt am besten bei 37 Grad Celsius und zusätzlich in alkalischem Medium. Das Benzalkoniumchlorid wirkt vor allem gegen Gramm-positive Bakterien und Pilze. Seine Eigenschaften sind hygroskopisch und falls ihr euch gefragt habt, wo ihr dieses Molekül schon herkennt, nämlich kennt er das von den Emulgatoren her, dabei hat es eine Grenzflächenaktivität. Das Benzalkoniumchlorid ist sehr leicht wasserlöslich und löslich in Ethanol 96%. Eine einprozentige Lösung hat einen pH-Wert von 6 bis 8. Ein weiteres Konservierungsmittel ist eine Verbindung aus Benzalkoniumchlorid und EDTA. Und zwar haben wir das Benzalkoniumchlorid ja bereits auf der Folie vorher kennengelernt. Das EDTA ist ein symmetrisch aufgebautes Molekül. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass das Benzalkoniumchlorid gegen Gramm-positive Bakterien und gegen Pilze wirkt. Und hier kommt jetzt das EDTA nochmal ins Spiel. Das ist nämlich ein Synergist. Ein Synergist ist ein Molekül, was die Wirkung von anderen Molekülen unterstützt. Und durch diese Unterstützung können wir die Pseudomonadenlücke fast komplett schließen. Pseudomonaden sind stäbchenförmige, Gramm-negative Bakterien. Das Chlorhexinidin-Diacetat wird in einer Konzentration von 0,01% eingesetzt. Das ist ein symmetrisch aufgebautes Molekül, was zwei Acetatreste hat. Dieses spielt jedoch nur eine untergeordnete Rolle und wird nur noch selten eingesetzt. Da es zahlreiche Unverträglichkeiten hat. Des Weiteren gibt es Phenyl-Mercury-Salze, nämlich ein Nitrat, ein Borat oder ein Acetat, was in einer Konzentration von 0,02% eingesetzt wird. Dann kennen wir noch das Theomersal. Es wird genau in der gleichen Konzentration eingesetzt. Sollte das EDTA-haltige Benzalkoniumchlorid-Lösung Inkompatibilitäten aufweisen, so ist es eine Alternative hierzu. Alle Angaben zur Konservierung finden wir im DAC-Anlage A, nämlich die Konzentration der zu verwendenden Konservierungsmittel. Und es gibt auch eine Tabelle, die Wirkstoffe zeigt und dazugehörige Konservierungsmittel und dazugehörige Isotonisierungsmittel. Bei der Verwendung von Konservierungsmitteln kann es natürlich auch zu Problemen kommen. Ein Problem kann sein, dass die Lipid- und Nuzinschicht des Auges negativ beeinflusst wird und dadurch die Hornhaut auf Dauer geschädigt wird. Außerdem haben Quartiere Ammoniumverbindungen. Vorhin haben wir ja das Benzalkoniumchlorid kennengelernt. Das ist nämlich eine Quartiere Ammoniumverbindung. Diese Verbindungen haben ein allergehendes Potenzial. Und es gibt auch Probleme mit Konservierungsmitteln bei Kontaktlinsenträgern. Die Flüssigkeit diffundiert nämlich zwischen Linse und Hornhaut und verbleibt dort viel länger, als wenn man keine Linse trägt. Und daher ist die Einwirkungszeit auf das Auge besonders lang. Und das soll kritisch beäugt werden. Niedrig dosierte Bestandteile können jedoch nur als Stammlösungen genau eingewogen und hergestellt werden. Wird eine Stammzubereitung umgehend weiterverarbeitet und nicht in der Apotheke gelagert als Zwischenprodukt, so muss man keine Kennzeichnung, keine Haltbarkeit und keine Freigabeprüfung durchführen. Auch die Vergabe einer Chargenbezeichnung ist nicht mehr notwendig. Und die Herstellung und die Doku, das kann alles zusammen mit diesem Arzneimittel, was hergestellt wurde, vorgenommen werden. Schauen wir uns dann das Thema der Reizlosigkeit bei Augentropfen an. Zur Reizlosigkeit gehört nämlich Partikelfreiheit. Man unterscheidet zwei verschiedene Arten der Partikelfreiheit. Nämlich einmal bei Suspensionsaugentropfen und einmal bei Lösungsaugentropfen. Bei Suspensionsaugentropfen schreibt das Europäische Arzneibuch vor, dass man sich eine angemessene Menge der Suspension mit einer Mikropipette auf einen Objektträger bringen soll. Dann schaut man sich eine gewisse Menge dann an. Es dürfen jedoch höchstens 20 Teilchen größer als 25 Mikrometer dabei sein. Wobei von diesen 20 Teilchen höchstens zwei Teilchen größer als 50 Mikrometer sein dürfen. Es darf jedoch kein Teil größer als 90 Mikrometer sein. So müssen wir leider feststellen, dass der Teil der Sterilfiltration leider wegfällt. Bei Suspensionsaugentropfen muss auf jeden Fall autoklaviert werden. Augentropfen in Form von Suspension können natürlich ein Sediment aufweisen. Dieses muss durch Schütteln leicht suspendierbar sein, damit die Entnahme der Dosis genau vonstatten gehen kann. Bei Augentropfen in Form von Lösungen muss eine Prüfung unter geeigneten visuellen Bedingungen stattfinden. Dabei muss man sich die Lösung angucken und die muss klar und frei von Teilchen sein. Die Inprozesskontrolle, die dabei stattfindet, ist die Schwebstofffreiheit. Wenn wir von Reizlosigkeit sprechen, müssen wir natürlich auch den pH-Wert beachten. Dabei unterscheiden wir einmal zwischen Isohydry und Euhydry. Isohydry, Iso, bedeutet gleich und gleich bedeutet dann in unserem Fall gleich dem mittleren pH-Wert der Tränenflüssigkeit bzw. dem Blut. Und in unserem Fall handelt es sich bei Isohydry um einen pH-Wert von 7,4. Dieser pH-Wert ist ideal für das Auge, jedoch ist das nicht immer mit dem Wirkstoff kompatibel. Ein Beispiel Euhydry ist ein pH-Wert, bei dem sich unser Auge wohlfühlt. Das heißt ein reizarmer Toleranzbereich des Auges, der zwischen pH-Wert 6,5 und 9,7 liegt. Und dieser pH-Wert ist mit vielen Wirkstoffen sehr gut vereinbar. Um den pH-Wert einzustellen, kann man einmal Borsäure und Natrium-Tetraborat benutzen, das sogenannte Borax. Die Borsäure verschiebt, wie der Name schon sagt, den pH-Wert in den sauren Bereich und das Natrium-Tetraborat verschiebt den pH-Wert in den basischen Bereich, also zu den höheren Zahlen hin. Wobei man bei Borsäure sagen muss, dass es heutzutage als bedenkliches Rezepturarzneimittel gilt. Und die Borsäure wird heutzutage nur noch bei Pufferung und Isotonisierung von Augentropfen benutzt und bei homöopathischen Verdünnungen. Die Prozesskontrolle, die man hierbei erfüllen muss, ist dann die pH-Wertmessung. Die pH-Wertmessung dient dazu, dass man den Wirkstoff in einem sehr stabilen Bereich hat. Um den pH-Wert stabil zu halten, kann man natürlich auch Puffersysteme einsetzen. Der Zweck eines Pufferzusatzes ist, er soll für die Stabilität des Wirkstoffes und für dessen Löslichkeit sorgen. Man sollte jedoch die Pufferzusätze nur in Ausnahmefällen benutzen, da das Auge ein eigenes Puffersystem besitzt und dieses durch den Puffereinsatz in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Folgende Puffer kennen wir. Den isotonischen Boraxpuffer, den wir vorhin schon gesehen haben. Der besteht aus 9,1 Teilen Borsäurelösung und 0,9 Teilen Boraxlösung. Dann kennen wir den Citratpuffer und den Phosphatpuffer. Bei dem Phosphatpuffer muss man jedoch aufpassen, bei Menschen mit geschädigter Hornhaut. Da kann sich der Gebrauch durch Phosphat eine dauerhafte Hornhauttrübung entwickeln. Denn mit Calcium fällt Calciumphosphat im Auge aus. Um die Prämisse der Reizlosigkeit in Augentropfen zu vermeiden oder zu erreichen, muss man auch eine Isotonisierung einwenden. Was bedeutet das? Zunächst einmal entspricht der osmotische Druck der Tränenflüssigkeit dem einer 0,9%igen Natriumchloridlösung. Das heißt, in einer Tränenflüssigkeit sind genauso viele Teilchen wie in einer 0,9%igen Natriumchloridlösung. Diese Lösung erfährt eine Gefrierpunktserniederung von 0,52 Grad Celsius. Das ist wichtig, um später eine Berechnung zu machen. Dazu werde ich euch noch ein gesondertes Video machen. Die Gefrierpunktserniederung von Wirk- und Hilfsstoffen kann man im DAC Anlage B nachlesen. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, Augentropfen werden nur vertragen, wenn diese reizlos sind. Augentropfen, die den gleichen osmotischen Druck wie die Tränenflüssigkeit haben, werden nicht so schnell ausgeschwemmt. Bei dem Begriff der Isotonie sollten wir uns auch die anderen Begrifflichkeiten anschauen. Isoton bedeutet, dass die Zubereitung den gleichen osmotischen Druck hat, wie das Vergleichsmedium, nämlich unsere Tränenflüssigkeit. Hyperton bedeutet, dass der Druck höher ist. Und Hypoton bedeutet, dass der osmotische Druck niedriger ist. Hypertonlösungen werden schnell durch den Tränenflüssigkeitsfilm verdünnt. Dies ist besser verträglich. Und Hyperton ist ja zu niedrig, der Druck ist zu niedrig hierbei. Und das ist leider schmerzhaft für das Auge. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Bereiche, die wir anstreben. Einmal die Isotonie, das entspricht dem osmotischen Druck der Flüssigkeit einer 0,9% Natriumchloridlösung. Und die Eutonie, das ist der reizfreie Toleranzbereich. Und zwar ist das der Toleranzbereich zwischen 0,7 und 1,4% einer Natriumchloridlösung. Und pH-Werte unter 5,5 und über 10 verursachen Schmerzen. Auf dieser Folie haben wir uns nochmal die Isotonisierungsmittel zusammengefasst. Da wäre einmal das Natriumchlorid, was zur Isotonisierung eingesetzt werden kann. Dann die Borsäure und das Kaliumnitrat. Kommen wir nun zu der Wirksamkeit, nämlich dem letzten Blatt aus unserem vierblättrigen Kleeblatt. Bei der Wirksamkeit muss man sagen, alle Wirkstofflösungen, die mehr als 0,1% Wirkstoff enthalten, sind Hypoton. Diese müssen dementsprechend dann isotonisiert werden. Haben wir weniger als 0,1% Wirkstoff in unserer Lösung, wird das Ganze in isotonischer Kochsalzlösung gelöst. So erhält man diesen isotonischen 0,9% Natriumchloridgehalt. Die Wirksamkeit von Augentropfen ist nur gegeben, wenn sie reizlos vertragen werden. Und der Wirkstoff in Augentropfen muss auch hierbei in einer stabilen Form vorliegen. Daher pufern wir oder stellen den pH-Wert ein, um das in eine stabile Form zu bringen. Hier habe ich euch nochmal eine Tabelle gemacht, mit den unterschiedlichen Wirkstoffen oder Wirkstoffgruppen, besser gesagt. Da haben wir einmal das Mydriatica. Mydriasis bedeutet Weitstellung der Pupille. Das heißt, die Wirkweise von Mydriatikern ist pupillenerweiternd. Und als Wirkstoffe kennen wir da das Atropinsulfat oder das Copolamin. Dann haben wir das Myotica. Myosis bedeutet Verengung der Pupille. Also ist die Wirkweise Pupillen verengend. Und hierbei kennen wir das Pylokarpinhydrochlorid. Astringentien. Astringiere bedeutet Zusammenziehen. Kommt aus dem Lateinischen. Und wirkt bei einer Konjunktivitis, nämlich einer Bindehautentzündung eingesetzt. Hierbei kann der Wirkstoff ein Zingsulfat sein oder Silbersalze. Dann haben wir ein Sympathomimeticum. Sympathomimeticum bedeutet Gefäßverengt. Da kennen wir das Nafazolin-Nitrat. Bei den Antiseptikern haben wir eine Keimreduktion. Und das erreicht ganz gut das Providon-Jod. Bei den Antibiotikern haben wir eine bakterienabtötende Wirkung. Und da können wir das Kenamycin, Gentamycin und Ofloxazin benutzen. Bei den Corticosteroiden haben wir eine entzündungshemmende Wirkung. Was nach Operationen sehr gut geeignet ist. Und da kennen wir das Dexamethason-Natriumphosphat. Die Wirkung bei Lokalanästhetikern ist betäubend. Da setzt man gerne vor OPs ein. Und da kennen wir das Tetrakain-Hydrochlorid. Bei den Antiallergikern haben wir eine berührende Wirkung auf allergische Symptome. Und da kennen wir das Chromoglycin. Nämlich die Chromoglycinsäure. Natürlich ist auch die Viskosität in Augentropfen ein sehr großes Thema. Denn Trennflüssigkeit an sich ist ja viskoser als Wasser. Um das Ausschwemmen zu verzögern, wird die Zugabe von Quellstoffen eingesetzt. Und zwar kann man hier bei Hyaluronsäure, Providon oder Zellulose-Derivate einsetzen. Bei Hyaluronsäure muss man natürlich dazu sagen, dass es unterschiedliche Längen von Hyaluronsäure gibt. Die längerkettigen Hyaluronsäure-Moleküle verbleiben viel länger auf dem Auge und bilden ein dichteres Netz und sind demnach anzustreben. Jedoch muss man darauf achten, dass man Zusätze nimmt, die den Tränenkanal nicht verstopfen und die klar sind. Hier habe ich euch nochmal ein Schaubild als Zusammenfassung erstellt. Was müssen wir bei Augentropfen beachten? Dass sie keimfrei sind, in jedem Falle. Und zwar verwenden wir hierfür bei wässrigen Augentropfen Wasser für Injektionszwecke, nämlich Aqua Injektabilia. Bei Wirkstoffen, die stabil sind, können wir autoklavieren. Und bei wässrigen Augentropfen, die als Lösung vorliegen, können wir steril filtrieren. Aber auch das aseptische Arbeiten, das wir keimfrei arbeiten, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Bei dem Thema der Reizlosigkeit müssen wir die Partikelfreiheit beachten, die Isohydrie oder die Euhydrie, das heißt den pH-Wert einstellen und die Isotonie oder Eutonie beachten. Bei der Haltbarkeit müssen wir mehr Dosenbehältnisse konservieren und die müssen nach Anbruch mindestens vier Wochen lang haltbar sein, wobei ungeöffnet drei Monate die Haltbarkeit sein muss. Jedoch müssen Einzeldosen nicht konserviert werden und sind daher nur 24 Stunden haltbar. Wir benutzen ja Augentropfen nicht aus Spaß an der Freude, sondern sie müssen eine gewisse Wirksamkeit erfüllen. Deswegen müssen die Eigenschaften des Wirkstoffs berücksichtigt werden. Der Wirkstoff muss in einem gewissen pH-Wert wirksam sein und die Kompatibilität mit anderen Wirkst- und Hilfsstoffen muss auch gegeben sein bei der Wirksamkeit. Bei wässrigen Augentropfen ist am Ende des Prozesses natürlich die Sterilfiltration ganz wichtig. Diese ist gut bei thermolabilen Stoffen geeignet, sprich Stoffe, die bei Wärmeeinwirkung zerstört werden würden. Hierzu benutzt man einen Membranfilter von einer Porenweite von 0,22 Mikrometern. Dies ist auch gut geeignet, um Partikel, die größer als 0,25 Mikrometern groß sind, zu entfernen aus der Lösung. Dadurch sorgt man für die Schwebstofffreiheit. Meist werden nur wässrige Augentropfen filtriert, da bei öligen Augentropfen die Viskosität zu hoch ist und das extrem lange dauern würde. Bei öligen Augentropfen benutzt man häufig das thermische Sterilisieren, nämlich den Autoklaven. Kommen wir nun zu den In-Prozess-Prüfungen. Die Aufgabe einer In-Prozess-Prüfung ist der Nachweis einer fehlerfreien Anfertigung von unseren Augenarzneimitteln. Welche Art von In-Prozess-Prüfung gibt es? Nämlich einmal die visuelle Beurteilung, ob die Lösung klar ist und ob die Farbe dem Arzneibuch entspricht. Man kann einen pH-Wert messen. Das sollte man vor der Sterilfiltration machen, denn wenn man das vor der Sterilfiltration macht, haben wir ja keine Veränderung von dem Zustand, was jetzt gerade ist. Wir schauen uns die Unversehrtheit des Sterilbeutels an, wo unsere Augentropfenflasche drin ist und prüfen wir die Unversehrtheit des Filters mit der Blasendruckmethode, der sogenannten Bubblepoint-Methode. Wie der Bubblepoint-Test genau funktioniert, schauen wir uns nun im folgenden an. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass wir maximal 10ml als Augentropfen benutzen dürfen oder herstellen dürfen. Und daher nehmen wir auch unsere 10ml Spritze, die wir vorher benutzt haben. In die ziehen wir 10ml Luft auf. Dann setzen wir den Filter mit der Kanüle auf. Und wir benötigen noch ein Becherglas mit Wasser. In dieses Becherglas wird nun ganz langsam die Luft reingedrückt durch diese Kanüle. Erst bei einem Volumen unter 2ml darf kontinuierlich Blasen austreten. Für ölige Augentropfen gilt ein höherer Wert. Und sollte das Volumen höher sein als 2ml, wo schon ein kontinuierlicher Blasenstrom entsteht, so muss man die Lösung erneut durch einen Spritzenfilter filtrieren. Schauen wir uns nun einmal die Abfüllung der Augentropfen ohne eine entsprechende Lovebank an. Wie geht man da am besten vor? Und zwar benötigt man eine Augentropfenflasche in einer steril verschweißten Plastiktüte. An der Einstiegsstelle desinfizieren wir das Ganze und durchstoßen dann mit der Kanüle die Einstiegsstelle. Dabei lassen wir zunächst einmal 2-3 Tropfen der Lösung neben die Flasche gelangen, um eventuell vorhandenes Plastik aus der Kanülenspritze zu entfernen. Dann wird die Augentropfenlösung aus der Flasche steril filtriert durch einen Sterilfilter direkt in diese Augentropfenflasche. Man entfernt die Kanüle und verschließt die Flasche in der verschlossenen Tüte. Und so kann die Verpackung geöffnet werden und unsere fertige Tropfenflasche, die innen drin eine sterile Umgebung hat, rausgeholt werden. Dann geht's mit den Stolzern.